ARD Text im Auftrag von Funk Ich warte auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, RZEF gehört zu einer offenen Demokratie. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um RZEF durch diese schwere Prüfung zu helfen. Da habt ihr es nämlich. Zu krass. Ihr müsst halt einfach meine Videos gucken. Ich bin kein Spielzeug, sondern... Ne, 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 braucht doch gar nichts zu diskutieren. Auch unabhängig davon, ob ihr vielleicht andere Hobbys noch habt oder so ein Schnulli. Ich möchte einen Nippel-Twist von Putin. Es zischt. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Treu nach dem Motto, wer es findet, darf es behalten. Ja, wer es guckt, der muss es liken. Es zischt. Amstain. Ja, ich weiß. Herzlich willkommen bei Amstain. Das erste Game von dem Entwickler von Deathflush. Ja, wir erinnern uns. Deathflush, ein Spiel, wo einem geistig vollkommen gesunden jungen Mann komplett nachvollziehbare Dinge auf der Toilette passieren. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Gehirnzellen übrig, denn wie immer wird es dumm, doof, bescheuert, beknackt, bekloppt und eventuell auch etwas geistesgestört. Das ist genau mein Kalibar. Ich habe nur gelesen, dass das wie so eine Art Job-Interview-Simulator sein soll und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. 7.49 Uhr montags. Ich habe immer davon geträumt, einen richtigen Job in der großen Stadt zu haben. Heute ist der Tag. Meine große Aufgabe steht bevor. Ich hoffe, ich versau das nicht. Oh Mann. Gott, dann wären wir doch. Oh Gott, ist der das? Stain Financial? Ja, dem würde ich auf jeden Fall sofort meinen kompletten Ersparnisse anvertrauen. Okay. Ähm. Was liegt da? A shiny quarter. Heute muss mein Glückstag sein. Mal gucken, wie lange sich das zieht, würde ich sagen. Ich muss den überhaupt hin. Shift to run. Haha, wie geil. Oh nein, hier ist es schon. Och nee. Moin. Hey, bewegt dich. Hier gibt es kein Rumlungern. Oh. Mit seinen, mit seinen Leder-Leggings. Alter. Der hat, der hat doch noch einen anderen Nebenjob, Alter. Und ja, das hat was mit Tanzen und Stangen zu tun. Oh nein, da werde ich doch aufgefressen da drin. Moin Meisters. Willkommen bei Stain Financial. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, Sie sind hier für das Vorstellungsgespräch. Das ist wirklich großartig. Dann nehmen Sie Platz. Wir werden gleich wieder bei Ihnen sein. Okay. Moin. Die Jihas sind auch da, Alter. Howdy, Partner. Suchst du ja auch nach Arbeit? Dann wünsche ich dir mal viel Glück, aber ich möchte mir auch die Chance nicht versauen. Das ist mein Konkurrent, Alter. In seinem pastellgrünen Hemd, ey. Oh mein Gott. Das ist doch ein Roboter, oder? Die hat doch da Räder unten dran. Ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Im Stain möchte sie jetzt sehen. Folgen Sie mir bitte. Der Mann war zuerst da, aber... Oh, sie hat doch keine Räder. So kann man sich irren. Die Outfit-Kombi. Die Outfit-Kombi. All right. Gut. Äh. Ja? Oh, mein. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich bin... Also... Ich finde sie auch sehr liebreizend und so weiter, aber... Ja, ist doch gut. Oh Gott. Warum habe ich so diese... Bio-Leistungskurs-Lehrer-Flashbacks hier gerade? Ich weiß auch nicht. All right. Was ist das denn? Halt eine Versicherungsberatung? Halt Vermögensberater wahrscheinlich oder sowas. Wir hatten da irgendwie ganz viele Telefone da vorne. Im Eingangsbereich. Super sympathisch auf jeden Fall. Da möchte ich mich gleich weiter mit den Herrschaften des Hauses unterhalten. Viel Glück. Oh ja, das werde ich brauchen. Oh, wie schnell sie raus ist. Oh Mann. Ist immer nice, jemanden zu sehen, der ein Bild von sich selber hinter sich hat. Das ist absolut... Da weißt du auf jeden Fall gleich Bescheid, dass es hier in erster Linie um deinen Wohlbefinden geht. Och. Oh Mann. Haha. Wie der da sitzt. Wie grav überbiss, Alter. Guten Morgen. Ich könnte ja sagen, ich bin sehr angenehm angetan, sie zu treffen. Aber reden wir nicht von mir selber. Nehmen Sie bitte Platz. Ich soll einen Stuhl aussuchen? Was? Sind da zufälligerweise Sprengfallen installiert? Weil dann würde die Wahl doch einiges bedeuten, oder? Ich nehme den. Sehr interessante Wahl. Fühlen Sie sich, ähm... Gemütlich? Ich warte daraus, bis er mich anpfeift aus seiner Zahnlücke, Alter. Ähm... Ehrlich gesagt nicht. Und wir wollen ja ehrlich sein, nicht wahr? Ja, wir bauen das gleich alles auf Vertrauen auf. Sodass jeder immer von dem anderen ausgeht, dass er die Wahrheit spricht. Verständlich. Ich meine, Ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Ja? Ich bin mir sicher, das wissen Sie bereits. Ich bin Millionär-Playboy. M. Stain. Wissen Sie, wofür das M steht? Weiß ich nicht? Money? Ha! Keine Ahnung. Money Stain, Alter. Weiß nicht. Falsch! Ja, das war klar. Das steht für nichts. Aber schön, dass wir auch drüber gesprochen haben. Jetzt lassen wir uns mal sehen, wofür Sie stehen. Oh Gott, Alter. Das ist der Herr der Überleitung. Mein Gott. Ich werde Ihnen eine Serie von Gegenständen präsentieren. Wählen Sie die aus, die Ihre Persönlichkeit am besten beschreibt. What? Oh, bei der Inneneinrichtung, da weiß ich schon, was mir blüht. Äh, in diesem Schrank sind drei meiner... Ja, keine Ahnung. Sammlerstücke. Oh, what? Okay. Erklärte mir das jetzt, oder? Wahrscheinlich schon. Ist das ein Wolf oder ein Fuchs oder sowas? Ja, ein Elfenbeinfuchs. Er ist sehr exquisit. Sieht wundervoll aus, aber ist nutzlos. Das klingt irgendwie tatsächlich nach mir. Ha! Naja. Okay, was haben wir jetzt hier? Eine antike Tageszeitung. Ein Schnappschuss von längst vergangenen Tagen. Es ist natürlich fraglich, ob die Information da drin noch irgendwie wertvoll ist. Oh Mann, ey. Und letztendlich ein abgenutzte Säge. Sie schafft Trennung. Boah, das ist alles doof, Alter. Das sind alles keine rosigen Aussichten, so, wenn man das metaphorisch auf einen Job überträgt, oder was? Kann ich das Auto da oben nehmen? Keine Ahnung. Ich nehme den Fuchs. Das ist zumindest noch irgendwie angenehm, oder? Okay. Hm. So sieht es also aus. Eine sehr dumme Wahl. Oh, danke schön. Lassen Sie uns über die Kompensation sprechen. Ich mache Ihnen ein Angebot. Denken Sie schnell. What? Äh, okay, ich habe 10 Sekunden Zeit. 100 Dollar bietet er mir. Äh, nö, mehr. Ah, sind Sie also nicht beeindruckt von meinem Angebot? Es ist mehr, als Sie verdienen. Vielleicht brauchen Sie ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. What? No way! Was? Du bist auch hier? Wie bist du denn vor mir da reingekommen? Sie haben dich auch erwischt, Partner? Okay, mach dir keine Sorgen. Wir finden den Weg nach draußen. Ja, mal gucken, was hier so, äh, los ist. Hier muss es irgendetwas geben, was wir hier finden können, was uns aushilft. Es wäre jetzt so geil, wenn er von oben runterguckt. Save yourself. Äh, oh mein Gott! Ja, wenn ich das betätige, ist der Typ tot, oder? Hm, das sieht aus wie eine Art Maschine. Aktivieren? Nein. Boah, der ist so nett zu mir. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ah, keine Ahnung. Ich muss es tun, ne? Hot Dog! Schalt es aus! Es ist ein Man Crusher. Ich probiere es, Mann. Es schädelt sich nicht aus. Was habe ich getan? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohhohohohohohohohohohohohohohohohohoho liquommittreifend хочу. Nooo! What? Oh Gott! Ist das bescheuert, Alter! Der Entwickler hat sie nicht alle, ey! Jo, wo ist er hin? What? Okay. Warte mal. Ja, das sieht anders aus. Ich wollte es gerade sagen. Oh! Ähm, alright. Dann ist das jetzt so, nicht wahr? Gut, äh... Versteh schon den sachtiglichen Hinweis. Ist meine Figur. Hä? Oh, das riecht so krass nach Falle. Ah! What? Ähm... Hä? Endlich! Ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Hättest du vielleicht mich nicht 20 Meter unter dem Erdboden katapultiert, dann... Ja, okay. Lassen wir das gut sein. Reden wir später drüber. Steig in die Limo ein. Wir müssen zu einer Party. What? Aber... Aber... Jetzt... Ja, gut. Whatever. Oh, nein. Was ist das? I... Äh... Ah! Genießt du die Fahrt? Das ist... Das ist alles sehr aufregend. Da bin ich mir sicher. Ja... Aufregend ist wirklich das passende Wort. Gar nicht so luxuriös eingerichtet hier, deine Limo, muss ich sagen. Äh... Das letzte Opfer-Bar. Alright. Hier möchte man sein. Hallo? Jo, das ist so weird. Hi? Können wir sie für einen Cocktail begeistern? Alter, ist das laut hier gerade. Äh... Ich meine, wo ich schon mal hier bin? Oh, Gott! Trink... D... Sorry. Wir vergeben, wir vergeben gerade irgendwie der Appetit. Also... Ey, wenn dieses Gesicht nicht vertrauenswürdig ist, was ist es dann? Ah... Komm, rein in den Schädel. Ich hoffe, sie genießen es. Hehehehe. Gallum, gallum! Okay. Danke, Digga. Sie sind angesäuselt. Was? Das verdient. Fühlen sie sich besser? Haben sie eine großartige Nacht? Sollte ich ihm Trinkgeld geben? Ja, klar, komm. Der kann nur für nichts was. Der ist nett. Er will mich vergiften. Dann ist er nicht nett. Okay, ich kann das leider nicht annehmen. Nein, danke. Wenn sie möchten, dann können sie ja mir einen Gefallen tun und meinen Lieblingssong in der Jukebox spielen. Ist das der Radetzky-Marsch oder was? Oh, Rambling Rattler. Hehehehe. Okay. Also was ähnliches. Wo ist die Jukebox hier? Play the song. Oh, dafür habe ich die Münze. Ich verstehe. Oh no. Alter, die Sounds. Das ist so gruselig, man. Das ist so eine abartige Welt einfach. Vielen lieben Dank. Ähm, wenn ich so forsch sein dürfte, möchte ich Ihnen ein kleines Geheimnis anvertrauen. Töte ihn bei der ersten Chance, die du kriegst. Was spiele ich hier? What? Ehi. Oh Gott. Okay. Der redet über M-Stain, oder? Jo, ich weiß es nicht. Was liegt hier vorne noch? Ein Geldschein. Irgendwer hat einen Dollar hier gelassen. Das ist wahrscheinlich Trinkgeld. Wirst du es nehmen? Weißt du, eigentlich nicht. Aber ich meine, er... Ich sag mal so, er hat... Er ist ja nicht mehr da, oder? Ich habe meinen moralischen Kompass verloren. Aber ich habe einen Dollar. Jedes große Geschäft fängt mit einem Dollar an. Fragen Sie Mr. Krabs. Badezimmer. Jo, ich muss jetzt diesen Stain-Typen töten, oder was? Sehr geräumig hier. Na gar nicht so... Ah! What the fuck? Beschütze dich. Was? Eine tote Ziege. Ich habe eine Ziege. Ich wünschte, sie wären wohl noch am Leben. Was geht's hier ab? Worum geht's? Was ist das für ein Spiel? Da ist ein Schlüssel in der Toilette. Roomkey. Für Raum 3a. What? Was? Oh, Mann. Der ist hier hinten, oder? Bestimmt irgendwo. Oh, hier ist Raum 3a. Warte mal. Ist das ein Puff? Nee, ne? Hey, stopp, Buddy. Du kannst hier nicht reinkommen ohne eine Membership-Karte. Oh, ja. Verstehe. Befindet sich bestimmt in Raum 3a, oder? Tür ist aufgeschlossen. Yo, das ist doch so ein kleines Lust-Kämmerchen. Das ist doch ne... Ich möchte da jetzt kein Video gucken. Nein, das darf ich nicht zeigen. Oh, no. Okay, ich weiß nicht, was passiert. Zieh was einfach durch. Ah, dafür brauchte ich den Dollar. Ja, verstehe. What the F? Die Titel, die verfügbar sind. Vögel des Paradieses. Ähm, die Qual von Doktor Ledon. Und die Geheimnisse der Unterwelt. Ich soll einen Film auswählen. Oh, das klingt unschuldig. Paradiesvögel. Komm. Oh, no. Oh, ho, ho, ho. Ähm. Ja, das müsst ihr euch dann selber antun. Sonst wird YouTube zornig, Alter. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. What? Ich glaub das nicht. Ja, passiert das gerade? Ihr seht aus wie Michael Jackson, Alter. Why? No front. Äh. Irgendwer klopft. Das ist ein Gloriole. Oh nein, ich will nicht wissen, mit was er klopft. Bitte nicht. Irgendwer ist auf der anderen Seite. Haha. Okay, das ist ein Messer. Mit dem soll ich ihn umbringen, ja? I am spooked. Du hast ein Messer. Danke dir. Linke Maustast, um zu stechen. Ah. Das Telefon. Das hier? Äh. Ja. Statisches Rauschen. Äh, okay. Nee, danke schön, dass wir drüber gesprochen haben. Kann ich ihn jetzt ermäudern hier, oder was? Ah, ah. Ja, der gibt keinen Scheiß, Alter. Haha. Alles klar. Der ist schon eine Weile im Geschäft. Den kannst du mit sowas gar nicht mehr überraschen. Hier mit einem Messer und so'n Scheiß. Muss schon einen Raketenwerfer nehmen. Okay, zeigt sich relativ unbeeindruckt. Warte mal. Hier ist jetzt offen. Oh, eine Membership. Ah. Karte, genau das, was ich suchte. Wat ein Zufall, Alter. Okay, let's go. Okay, hier lang. Vielen, äh, herzliche Entschuldigungen hier für die Unannehmlichkeiten und so. Ja, ja, ja. Aus dem Weg, du. Stimity, stab, stab. Die Musik hat... Ich dachte, hier ist ein Partyraum. Hier ist eine Kirche, Alter. Was geht? Moin. Willkommen, willkommen. Der Ehrengast hat endlich angekommen. Treten Sie vor. Die Initiation kann beginnen. Oh, ne. Werde ich jetzt zum Ritter geschlagen, oder was? Bester Vertreter der Tafelrunde. Oh, Gott. Guckt euch die an, Alter. Das sind Babyköpfe. What? Okay. Wir haben uns hier versammelt, um Tribut zu zollen. Für unser mächtiges Idol. Das Ding. Designed by Cars, oder was? Hypebeasts haben gerade Schnappatmung gekriegt. Oh, Gott. Was zum Teufel ist das? Das Opfer von Blut ist benötigt. Was bietest du an? Die Ziege, Alter. Oh, ja. Oh, Gott. Ich bin einfach nur... Ich finde das einfach so genial, wie dieses Game so absurd ist, dass du dich in jeder Spielszene komplett an den Kopf fassen musst und dich fragst, ob das real ist gerade. Ob die das ernst meinen. Das ist amazing. Es ist auch irgendwie schon Kunst, ne? Oh, mein Lieber. Das wird der Sache nicht ähnlich sein. Was willst du denn? Wie viel Blut brauchst du denn? Ein größeres Opfer ist vonnöten. Oh, nein. Das ist seine Assistentin. Von der Rezeption. Frau Robocop, Alter. Ah, Surprise! Okay, mein Blut wird den Durst der Unterwelt still. Dann soll es beginnen. What? Oh, oh. Äh. Töte! Warte mal. Ich habe da eine Aufgabe gekriegt von dem Schlangenkopf. Ich habe es geschafft! Das war richtig! Oh, oh. Oh, Alter. Das ist weird. No! Du hast meine Follower zerstört. Oh, sorry. Ich sage den Leuten, die sollten dir ein Abo dalassen. Du sollst zerstört werden! Was? Was hat es Ihnen denn damit zu tun? Ah, oh. Ah, ha, ha! Ah, ha, ha! Und die Schweine sauts. Ah, ha, ha! Ich glaube es nicht. Töte! Mit dem größten Vergnügen. Das sieht aus wie etwas, was getötet werden möchte. Bäm, Junge. Oh, das glaubt mir keiner, Alter. Würde ich das nicht aufnehmen euch das erzählen? der denkt, ich habe irgendwie Erscheinungen oder sowas. So komme ich mir auch vor. Was tut der? Spuckt der Lava-Krugeln oder was? Hotboards? Oh, nein. Oh, okay. Immer wenn er runterkommt, dann auf mich zu. Nachdem er gespuckt hat. Verdammt. Jetzt gleich. Yes! Das ist der aufregendste Kampf, den ich jemals bestritten habe. Und, wie mache ich mich so als Ritter? What? Äh, was passiert? Okay, Level 2. Er ist aggressiver, Alter. Er will mich jetzt noch mehr zerstören, als er es ohnehin schon wollte. Ich kapiere. Oh, ich habe das aber raus, Baby. Der lernt es halt auch nicht, ne? Fällt immer auf dieselbe Scheiße rein. Komm, noch ein paar Steps. Dann ist er fertig. Das große Idol, Alter. Wo hat er den denn ausgebuddelt? Sieht aus wie das, was in der Toilette liegt, nachdem ich beim Asiaten mal wieder ein bisschen zu viel gegessen habe. Dieser ganze Ort verwandelt sich in eine Todesfalle. Ich muss entkommen. Äh, ja. Ich meine, dann lass mich nicht lupen, oder? Mich zweimal bitten. Ja, all right. Gut, dann, äh. Ach, nein. Ja, wie jetzt? Wie komme ich denn hier weg jetzt? Au! Was ein Zufall. Wie praktisch. Nein! 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 Was? Das ist dämlich, Alter. What? Na klar. Na klar. Warum auch nicht? Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll, Alter. Ending Rang B. Cowboys Rache. Was muss ich denn tun, um Rang A zu kriegen? Halt irgendwie... Den Cowboy irgendwie retten? Ich hätte wahrscheinlich das Angebot gleich annehmen sollen, oder so. Keine Ahnung. Boah, Alter. Leben genommen. Zwei. Komm. Das Ding, was da um mich drum herum geschwebt ist mit den Feuerkugeln, das kannst du ja nun wirklich nicht als Leben bezeichnen, oder? Also nicht guten Gewissens zumindest. All right. Das war, ähm... Das war ein Abenteuer. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Lasst definitiv einen Daumen nach oben da. Es wäre mir eine innere Verzückung. Und dann, ähm... Ja, wünsche ich euch guten Appetit.